Wir sind hier in dem Gebäude der zentralen Universitätsbibliothek, das der Architekt Günther Benisch und Partner von 1984 bis 1987 gebaut hat. Das Gebäude spaltet die Geister, vor allen Dingen am Anfang fanden etliche es überhaupt nicht schön, unübersichtlich, zu viele Einzellösungen. Dann aber haben viele den unglaublichen Erfindungsreichtum dieser Architektur erkannt. Die Architektur ergießt sich strahlenförmig in den Auen der Altmühl, sodass sich innen vertragte, interessante räumliche Situationen ergeben. Der Architekt ist sehr berühmt dadurch, dass er das Münchner Olympia-Gelände für die Olympiade von 1972 gebaut hat, eine der prominentesten Architekturen eigentlich in der späten westdeutschen Bundesrepublik. Mehr als zehn Jahre später gestaltete er hier eine der ersten dekonstruktivistischen Architekturen auf höchstem Niveau. In dem Büro Benisch und Partner konnten die Architekten, die dort tätig waren, eigene Lösungen für Raumsituationen schaffen. Das bereichert uns um viele intelligente, interessante Lösungen, die alle die oft relativ einfachen Materialien vorzeigen. Die Architektur ist also nicht splendid im Sinne teurer Materialien. Sie ist intelligent im Sinne von schönen, anspruchsvollen, durchdachten Einzellösungen. Man sieht, dass alles, was verbaut wird, auch vorgezeigt wird. Eine abgehängte Decke mit Gipsplatten hört auf der Hälfte einer Betondecke auf. Es gibt offene Treppen. Man sieht jede Verstrebung. Das Dach mit Profilplatten aus Metall ist sichtbar. Insgesamt ergibt sich eine Architektur mit vielen Durchblicken, die bei jedem Licht wieder anders aussieht, mit interessanten Lichtsituationen. Eine Architektur, die insofern an den deutschen Expressionismus, zum Beispiel an den Berliner Architekten Hans Scharun, anknüpft. Wir sind froh, dass wir uns hier in einem solchen hochmodernen Ensemble präsentieren können. Ein Ensemble, das aber inzwischen wieder historisch geworden ist. Denn heute, CAD und virtuelle Architektur sieht anders aus, als diese Architektur, die noch auf Papier geplant wurde. Wir haben am Standort Eichstätt eine Fülle solcher sehr guter Architektur. Und zwar von der Romanik über die Renaissance bis zum Barock und schließlich zur Gegenwart. Wir können damit das Unterrichtsmaterial der Kunstgeschichte an Beispielen vor Ort von sehr hohem Rang veranschaulichen. Wir können sozusagen aus dem Kurs heraus spontan eine kleine Exkursion zu den Orten, an denen wir hier gleich Hauptwerke der Architektur veranschaulichen können, machen.